Hallo und ein herzliches Grüß Gott und Moin aus dem Hotel Wallamar in Dubrovnik. Ich bin hier in Zimmer 5061 und zeige euch mal gerade kurz nach meiner Ankunft einen Einblick in das nette kleine Doppelzimmer. Es ist ein wunderschönes Haus, das ist hier ein ganz normales Standard-Doppelzimmer, offensichtlich direkt unter dem Dach, wie wir hier sehen, mit einem wunderschönen Ausblick nach außen. Da ist das Bett und hier haben wir dann auch schon das Badezimmer, ein großes Waschbecken, Toilette, Dusche und Badewanne und die üblichen hübschen kleinen Sachen auf dem Waschtisch. Genügend große Handtücher und ein Flatscreen-Fernseher ist da, ein Wasserkocher, wahrscheinlich auch für Kaffeegelegenheiten. Da unten befindet sich die Minibar, die machen wir jetzt nicht auf, weil die extra schön abgeschlossen ist, dann lassen wir das doch einfach mal so, weil ich nicht vorhabe, da was rauszunehmen. Ja, und ein kleines Geschenk sozusagen oder Prospektmaterial vom Hotel für mich. Und dann werfen wir noch einen Blick hinaus, hier Dubrovnik. Es ist Mitte Mai und es ist hier bereits wunderschön warm, Mitte, um die 25 Grad. Da hinten eine schöne große Brücke, die Berge, ja es ist sehr schön und einladend und das macht doch schon mal richtig schön Lust und Appetit auf die kommenden Tage, in denen wir uns um die kulinarischen Köstlichkeiten und den Wein in Dubrovnik kümmern wollen. Ich wünsche euch was und ciao und servus.